Ich will mich nicht allein betrinken. Okay. Ein 1997er. Georges, Georges oder so ähnlich. Ich war nie gut in Französisch. Georges de la Tour, das weiß ich. Oh, das ist ein 97er? Ja. Wow. War das ein gutes Jahr? Oh mein Gott. Das war ein großartiges Jahr. Machst du Witze? Ich hab meinen ersten Erwachsenenfilm gesehen. 97. Ja, Anaconda. Ah, Anaconda. Das erste Tattoo, ein Delfin. Wirklich? Abziehding. Oh. Der erste Kuss. Scotty Lynch. So richtig mit Zunge? Wer weiß. Bist du eifersüchtig auf Scotty Lynch? Ah, ja. Das bin ich. Genau genommen auf dein ganzes 1997. Bei mir war da... Der erste Kieferorthopäde. Der Penner hat mir ein Headgear verpasst. Toll. Und ich hab die erste Fünf gekriegt. Oh nein. Das war genauso schrecklich wie Anaconda. Bergunterricht. Was ja nicht mal richtig als Schulfach durchgeht. Nein. Ich war auf meinem ersten Schulball. Oh, danke. Und es war Mädchenwahl, also. Weißt du, was passiert ist? Was? Keiner hat dich aufgefordert? Nein, es war Mädchenwahl. Diese blöden Zicken. Ich weiß. Nein. Das können wir nicht auf dir sitzen lassen. Nee. Weißt du was? Im Namen aller Achtklässlerinnen werde ich das jetzt wieder gut machen. Entspann dich. Lieber Scotty bin ich weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß zwar noch nicht mal deinen Namen, aber das ist wirklich schön. Jetzt mal nur so zwischen. Uns beiden und Bill Murray. Ich find dich echt ganz süß. Herrlich? Ja. Ich mein, du bist ein ziemliches Weiche, aber ich könnte dich ja hart kochen. Wirklich? Na ja, wollen doch mal sehen, was so alles in dir steckt. Hey, könnt ihr uns mal bei der Couch helfen? Wir bauen eine Burg. Ist wahrscheinlich auch besser so. Genau. Ähm, weil, ähm, ich mag dich, Columbus, aber, ähm, aber meine Schwester und ich werden alles tun, um zu überleben, also. Ich mag dich,